Ich sitze hier im Sessel Timeout. Timeout ist ein Relax-Sessel. Über den Griff hier an der Seite habe ich die Möglichkeit, das Rückenteil zu verstellen. Dank seiner integrierten Lordose-Unterstützung bin ich an jeder Stelle perfekt abgestützt. Durch erneutes Ziehen kommt das Rückenteil wieder nach oben. Dann habe ich die Möglichkeit, das Kopfteil einmal in der Höhe zu verstellen. So wie in der Neigung. Weiter kann man wählen, ob man das Rückenteil in einer niedrigen oder hohen Ausführung haben möchte. Dann hat der Sessel eine integrierte Memory-Funktion. Sprich, er pendelt sich immer wieder auf seine Ursprungsausrichtung aus. Wir haben die Möglichkeit, bei dem Sessel zu wählen zwischen verschiedenen Schalenausführungen, einer Vollpolsterschale oder verschiedenen Holztöne. Hier haben wir Walnuss, Eiche Weiß, Eiche Schwarz oder Eiche Natur. Dann gibt es verschiedene Füße, die man wählen kann. Ausgewählte Füße bekommt man 3,5 Zentimeter höher. Den Sessel selbst bekomme ich in Leder wie auch in Stoff. Die Sessel mindestens eine Abenteilung spricht der Sessel. Vielen Dank.